Mein Name ist Thomas Thürauf, ich bin Refraktivmanager bei der Oberschader Gruppe hier in Fürth und in der Euro Augenlaserklinik. Ein Refraktivmanager berät Patienten abhängig von den Voruntersuchungsergebnissen hinsichtlich der Premiumlinsen, die man im Rahmen einer grauen Stauoperation implantieren kann. Spannend ist für mich, ich komme ja klassisch aus der Augenoptik, vor allen Dingen der medizinische Bereich. Man hat es hier mit Individuen zu tun, mit Patienten zu tun, die ganz unterschiedliche Krankheitsbilder mitbringen und das macht wirklich Spaß. Wir haben mit der Oberschader Gruppe den größten Augenarzt hier deutschlandweit und dementsprechend natürlich auch die Spezialisten, sowohl was Hornhaut, Linsen als auch Netzhaut angeht, sodass man für jeden Bereich tatsächlich auch den Spezialisten hat, den man braucht. Man hat hier wirklich viele Nischen, in die man sich auch reinsetzen kann, also auch kleine Teilbereiche, die einen Spaß machen, die können wir aufgrund der Größe einfach umfangreich ausfüllen. Und ja, das Team, die Leute, die hier arbeiten, die Ärzte, die Fachärzte, die wir haben, das macht einfach Spaß. Ich arbeite gerne bei der Oberschader Gruppe, weil wir hier viele unterschiedliche Patienten haben, mit unterschiedlichen Krankheitsbildern und das einfach unwahrscheinlich spannend ist. ами haben die Oberschader Gruppe mit palAdit. Bis zum nächsten Mal. 스�